Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Prey und dann wollen wir mal sehen wie es weiter geht hier noch Hidden Agenda Agenda, ja auch immer Schauen wir mal an Klaue 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 Mal nachgucken Oh passt aber, ok Riesenfeeder Klaue 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 Wird ja irgendwie Sinn ergeben, ne? Na mal schauen. Geht jetzt jedenfalls weiter. Ja. Ja, irgendwas hat's gemacht, aber was? Man sieht es nicht. Oh, kommt der Gegner? Oh, wie sieht's aus hier? Äh. Hallo? Auf jeden Fall so ein Portal da jetzt, okay. Da müssen wir wahrscheinlich auch rein, ne? Ja. Dieses Spiel hat jedenfalls irgendwas im Gehirn wohl, ne? Was da auch wenn ich den erledigt habe, irgendwie auch sein Gehirn extrahieren kann, ne? Wenn ich das so richtig verstanden hab. Was man uns da so erzählt hat. Ja, die Frage ist natürlich, wie geht's jetzt hier wieder weiter? Ja. Wahrscheinlich irgendwie noch da unten, ne? Äh. Ja. Ja. Sicherlich runter springen, aber das sieht falsch aus. Ja. 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 Ich finde es nicht irgendwie dumm altitude. Ne. Nein... Da geht es klar. Noch mehr von euch irgendwo hier? Mit mir geht die Munition raus, was ist was? Ich habe keine Möglichkeit, mich zu verschaffen. Einfach so gar keine, ne? Gut, aber man konnte ja nicht sterben. Dann müssen wir ein bisschen Pfeil und Bogen schießen können. Und dann geht das schon. Ja, jetzt geht das weiter hier. Ja, kommt doch nicht kaputt. Oh, Junge, Junge. Erstmal einen Schlupf Kaffee. Das ist pur hier. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Nächste Mission. Gen. Ja, das sieht wirklich nach dem Wiedeschluss aus, wo wir so langsam darauf zugehen, ne? So. Schauen wir mal. Hier ging jedenfalls Murder-Richtig-Post ab. So viel steht fest. Also schon bevor wir hierher gekommen sind. . Okay. Here if we see you see you, we have to continue. das nicht auch schon mal gemacht wie kann man das eben gerade auch noch mal eine runde bekannt vor wo müssen wir die zahlen hernehmen können das ist halt wieder mal nicht so offensichtlich irgendwie werden wir schon auswänden ja vielleicht noch etwas wo kann man hier hin sogar so hier einsammeln natürlich auch nett hmmm kann man so hier vielleicht was sehen die auch nicht mehr ok bin ich einfach nicht aufmerksam genug oder so irgendwo länger darauf gucken irgendwas muss ja hier sein noch ja 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 das war so total frech dumm dass ich das einfach nicht gesehen habe ne aber Leute was geht denn jetzt hier bei euch da ist sie ok jetzt wird es interessant hier ja 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 wenn ihr noch geld tun ich Der legt euch nicht mit mir an. Den Fight, den verliert ihr. Okay, und nun? Kann ich nicht drücken. Aber hier wahrscheinlich. Ja, da geht was. So kommen wir hier auch jetzt erstmal rein. Hello. Das gefällt mir ja gar nicht mehr. Für dich ist jetzt erstmal Feierabend hier. Da kann ich mir die Hand da drauf legen. Okay. Noch wer von euch hier? Nö. Okay. Hier geht doch bestimmt die Post ab. Aber so richtig, ne? So. Ja. Hab ich mir noch gedacht, dass sowas hier passieren wird. Noch einer. Moin. Noch mehr? Oder war's? Was? Offenbar war's das, ne? Ja. Ich hab da nicht zu bieten. Okay. So. Geht's wahrscheinlich hier weiter. Und jetzt wahrscheinlich hier weiter. Citric Control. Unstable use caution. Yo. Okay. Das kommt mir irgendwie auch nochmal bekannt. Zum Beispiel. Das haben wir auch einmal schon mal gemacht hier, oder? Muss irgendwie so sein. Da gibt's noch andere lang. Und hier. Gibt gar nichts. Okay. Okay. Ja komm. Schauen wir mal hier mal. Duft hier lang. Was gibt's denn hier? Hm. Hm. Haha. Okay. Ich hab da so eine Idee. Ja. Das ist wahrscheinlich der richtige Weg, ne? Sieht auf jeden Fall richtig aus. Ja. Dann sag ich hier erstmal bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Prey, ne? Wasglade.